Ja, ich will nicht schreiben, mich drehen, Täter, 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 Täter. Alter, was geht mir hier jetzt ab? Und wie viele... Bis was geht das? Achso, bis 10.000, oh. Bis 7.500. Muss man erstmal wissen. I got Weeper and AC-130. Okay, 27.500. Ist wirklich nicht schlecht. Muss ich ja sagen. Aber auch nicht gut, also ich bin viel, viel besser. Muss man ja sagen, ne? Dann spielen wir mal Team Deathmatch. Warum? Warum nicht? Weil ich Lust darauf habe. Und wir nehmen die Map Village. Und diese Map, die wir eben haben, erinnert mich irgendwie an das von CSS. Also Counter-Strike Source. Counter-Strike Source. Äh, C-O-U-N-T-E-E-L. Nummer. C-O-U-N-T-E-R. S-T-R-I-K-E. S-O-U-R-T-E. C-O-S-T-2 oder 1. Weiß nicht mehr. Oder ihr guckt mal bei meinen CSS-Videos. Eine davon war auch das. Hm, warte auf andere Spiele. Allein schon Skill. Ich hoffe mal. Ja, in meinem Team. Oh, hier ist auch wieder ein klar. Gump. Die Todesserie, gut erholt, verleiht Ihnen vorübergehend ein Geschwindigkeitsclub beim Wiedereinschick. Schnell noch was getrunken. Habt ihr eh nicht gehört. Hoffe ich. Kurz eben Kack gemacht. Ich hoffe, es habt ihr nicht gesehen. Warte auf Verbindung 11. Und das geht meistens bis 35. Oh, doch nicht. Warte auf andere Spieler. Warum D? Weiß nicht. Ah. Twiz X D. Twiz X D. Allein schon. Ich krieg gleich eine Flash ins Gesicht. WTF. Pan. Denk mal, der hat Komparr. Wo, ich hab nur einen mitgenommen. Aber beide hab ich angehettelt. Das soll mir... ...bleiben. Hallo, ist hier jemand? Ich hoffe ja nicht. Ah. Limonade. Alle geht ne Hacker. Ah. Allein schon. Wie sieht der denn? Er kommt. Genau. Ist ja genauso, als würde ich so... ...gleich so machen. Was hat der denn für Reaktionen? Ich glaube doch. Oder... ...warte los. Alter, wie gehen die denn ab? Voll die Sochtis. Da sind die Sochtis zwei in dieser Welt. Weil das ist ein richtiger Blüter. Der macht Damage. Aha. Geil. Ich schießt durch ihn durch. Blut ist zu realistisch. Darf ich nicht vorkommen. Hauptsache ich tötet mich fast selbst. Ist ja... ...verläch normal. Töten tut man sich eigentlich immer selbst. Oh, Geld. Geil. Ich kämp' jetzt hier, weil ich weiß, dass... ...dass da jemand war. Ach scheiß. Helika. Ja, der ist jetzt eh kaputt. Äh, Traum... 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 Schema? Hm. Das ist wirklich ein Hacker, die er fahre. Oder? Sun. Sohn. Echt? 4 Kills, 9 Tode. I'm solo pro. AH6 Überwachung im Anflug. Weitlich aufwärts. Weitlich aufwärts. Weitlich aufwärts. Weitlich aufwärts. Explosivkilder bereit. Genau. Hagen. Hagen. Na Toastbrote. Das macht ja Sinn, natürlich da eine Abwärts. Oh, ich... Dumm. Ist da oben ein Loch. Kannst du durchwerfen. Kannst bestimmt nicht. Bitte lande nicht aufm... Yay. Kannst du dich da irgendwie runterschießen? Ab, hall ab. Zu realistisch. Nein. Genau. Sei doch noch mehr mehr Agro, ey. Ich wasche jetzt hier die Map. Ich glaub mir geht's hier. Ah, IMS. Dieser Sprinter, der macht einfach... Der macht so, warte. Ich kann mich mal zeigen. Der macht so. Da, 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 da. Aber tötet die dann auch. Yasan, HD und Gimp. Ganz ehrlich, mag die nicht. Gib mir Assist. Genau. 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 Es war doch mein Kill. Genau. Nun kommt der. AZ4. Okay. Das war kein auffälliger Kill. Aber alle mit der MP7. Alle mit dieser scheiß Nubwaffe. Ich spiel auch gern mit der, aber nicht so... Ich suchte die nicht kaputt. Wir suchten die alle kaputt. Granaten King. Meister Handgranatentreffer. Ja. Teamspieler Meister. Unterstützungsabschussserien benutzt.